Die Vereinigten Staaten signalisierten am Donnerstag, dass sie möglicherweise der Ukraine erlauben könnten, tief in Russland mit Raketen anzugreifen, um Waffen zu zerstören, die von Moskau positioniert wurden, um Luftangriffe auf die gesamte Ukraine durchzuführen. US-Außenminister Antony Blinken erklärte auf einer Pressekonferenz in Warschau, dass die USA und ihre Verbündeten bereit seien, sich entsprechend anzupassen und der Ukraine die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, um sich wirksam gegen die russische Aggression zu verteidigen. Blinken betonte, dass die Unterstützung der Ukraine auf dem Schlachtfeld stets den aktuellen Bedürfnissen angepasst werde. Präsident Volodymyr Zelensky äußerte am selben Tag, dass Russland von der Zögerlichkeit der westlichen Verbündeten profitiere, der Ukraine zu erlauben, weiter ins russische Territorium vorzudringen. Diese Verzögerungen führten dazu, dass Russland seine Militärziele tiefer innerhalb seines Landes verlagere, erklärte Zelensky. Die westlichen Verbündeten, einschließlich der USA, haben die Lieferung von Raketen an die Ukraine an Bedingungen geknüpft, insbesondere was deren Einsatz bei Angriffen auf russisches Territorium betrifft. Ein Grund für diese Zurückhaltung ist die Sorge, dass sich der Krieg noch weiter ausbreiten könnte, da er bereits über die 30-Monats-Marke hinausgeht. Die Ukraine hat in der Vergangenheit Russland mit Drohnen und Artillerie in Grenznähe angegriffen. Doch Zelensky drängt weiterhin darauf, die Erlaubnis zu erhalten, gezielt russische Stellungen anzugreifen, von denen Raketen auf ukrainisches Territorium abgefeuert werden. In den letzten fünf Wochen hat Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine intensiviert, anstatt das von ukrainischen Truppen zurückeroberte Gebiet in der Region Kursk wieder einzunehmen. Blinken sprach am Donnerstag zusammen mit dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, einen Tag nachdem er und der britische Außenminister David Lemmy sich mit ukrainischen Offiziellen in Kiew getroffen hatten, um über den Kriegsverlauf und die aktuellen Bedürfnisse der Ukraine zu diskutieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017